Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie ihr das Add-on Collection Shop einmal fixen könnt. Bei mir war das jetzt eine Weile kaputt, und zwar um genau zu sein, seit das neue Auktionshaus mit Patch 8.3 aufgespielt worden ist. Seitdem hatte ich die Problematik, dass er hier permanent den Live-Scan aktiviert hat. Das konnte ich auch nicht umschalten und das hat dazu geführt, wenn ich was shoppen wollte, hat er daraufhin ein paar Sachen gescannt, ist dann bei 60% etwa hängen geblieben und es ging nichts mehr. Ich habe das Add-on mehrmals deinstalliert, neu installiert, alles mögliche probiert, auch immer die regelmäßigen Updates geladen. All das hat nichts geholfen. Jetzt habe ich einen Post gefunden, wo einer erklärt, wie man es updaten kann. Also sprich, alles, was ich euch jetzt zeige, habe ich nicht selber rausgefunden. Das haben andere rausgefunden, ich möchte es euch bloß hier in einem Videoformat zeigen. Credits gehen hier an Brain Holes. Der hat das Ganze einmal rausgeschrieben, das werde ich euch auch einmal verlinken. Das ist auf der Curse Forge Seite und da hat er mal ein bisschen erklärt, was ihr machen müsst, dass ihr dementsprechend das Add-on wieder zum Laufen bringt. Das werden wir uns jetzt gemeinsam einmal angucken und dann läuft es hoffentlich wie bei mir auch wieder. Also ich kann jetzt wieder ganz normal scannen und dann auch shoppen und dementsprechend auch Items mir rauskaufen. Das Praktische an dem Add-on ist, dass man auch das 2 Transmog hier mit raus scannen kann. Also seht ihr die Sachen, wo ich quasi das Transmog zwar schon habe, aber das 2 Transmog, also einfach das Aussehen von einer anderen Item-ID. Genau darum geht es. Gut, was müssen wir jetzt genau machen? Wir haben das Add-on runtergeladen und es bugt bei uns. Dann gehen wir in unseren World of Warcraft Ordner. Heißt, ja, ihr schaut, dass ihr in den Ordner World of Warcraft geht. Bei mir ist der unter Programme einmal drin, unter C, Programme. Ist wahrscheinlich bei euch auch so, vielleicht auch unter D. Auf jeden Fall in den World of Warcraft Ordner. Dann gehen wir unter Retail rein. Als nächstes gehen wir auf Interface. Dann gibt es da nur einen Ordner, Add-ons. Und hier bei dem Add-on müsst ihr dann das entsprechende Add-on raussuchen. Das ist in unserem Fall hier Collection Shop. Und hier bei Collection Shop müssen wir eine Datei uns suchen. Und zwar schimpft sich die Datei Collection Shop.lua-File. Und die müssen wir in einem Text-Edit-Programm aufmachen. Und ich habe hier einmal Collection Shop. Das müsste die hier sein. Lua, genau. Das ist diese Datei. Die kann ich jetzt hier direkt schon aufmachen. Als ich es das erste Mal hatte, musste ich es mit dem Editor einmal öffnen. Also dann muss man hier draufgehen und quasi den Editor auswählen. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, weil ich das schon einmal gemacht habe. Da gibt es dann ein Öffnen mit und dann wählt ihr einfach hier diesen Block aus. Das ist der Editor. Gut, wir gehen jetzt einmal rein. Und hier seht ihr, ist seitenweise Stuff. Wir müssen jetzt eine Textpassage finden. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. Er beschreibt es hier. Diese Textpassage, Temporally Disabled, das müssen wir finden. Und dann gibt es noch hier einen Haufen weiter hinaus. Wir gehen quasi jetzt hier rein und tun, wir brauchen eigentlich nicht alles, das hier einfach suchen, indem wir das einfach abspalten. Ich werde euch hier den Link zu posten, beziehungsweise auch die Textpassage in die Infobox hauen. Und wir gehen jetzt hier rein und können auch hier in dem Editor quasi strgf drücken. Dann haben wir hier einmal eine Suche, drücken hier drauf und suchen die Textstelle. Ich habe die jetzt schon gelöscht. Das ist aber eine komplette Zeile. Und ihr geht dann im Endeffekt her und löscht diese komplette Zeile. Wir sagen jetzt mal, das ist diese Zeile. Löscht die komplett raus. Macht dann auch die Leerzeile raus. Geht dann hier oben auf Speichern. Und macht dann den Relog. Also ihr könnt dann einfach Reloggen, beziehungsweise Ausloggen, Einloggen. Das geht ja mittlerweile mit der WoW-Änderung zum Shadowlands Pre-Patch. Muss man ja nicht mehr WoW schließen. Und dann müsste es bei euch wieder funktionieren. Wichtig, ihr müsst die ganze Zeile rauslöschen. Dann könnt ihr nämlich wieder scannen hier unten. Also in den Scan drücken und wieder ganz normal shoppen. Ich bin begeistert. Bei mir hat das funktioniert. Ich hoffe, bei euch funktioniert es auch. Wir gucken nochmal rein. Also ihr geht unter das Collection Shop. Die Lua müsst ihr öffnen. Und dann könnt ihr strgv drücken. Kopiert das rein. Und löscht dann die komplette Zeile raus. Und wie gesagt, ich werde euch das auch nochmal verlinken. Hier ist auch nochmal der Kollege, der das wirklich alles erklärt hat. Mit der kompletten Zeile, die ihr rausschmeißen müsst. Und die ist auch tatsächlich nur einmal drin. Bei mir hat es aufs erste Mal funktioniert. Wichtig, bevor ihr diese Datei hier schließt, speichert die einmal ab. Ganz wichtig, dass das auch das checkt, dass ihr das quasi gespalten habt. Und ihr müsst re-loggen, beziehungsweise aus- und einloggen. Dann funktioniert das eigentlich. Okay, gut. Dann habe ich nicht mehr mehr zu sagen. Ich hoffe, bei euch funktioniert es. Ich werde euch die ganzen Links unten mit reinposten, beziehungsweise die Textzeile auch nochmal, dass ihr die parat habt. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr hoffentlich auch so wie ich jetzt wieder das Zweitransmog shoppen könnt. Und ja, dann frohes Gold ausgeben. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.